So, meine Freunde, wir haben ein kleines Problem und zwar, wir wollen natürlich heute Bugfixes machen. Und ja, in Kotlin kann man das eigentlich relativ gut machen, denn es gibt das sogenannte Bugfixing. Und wir wollen uns mal ganz kurz angucken, was passiert, wenn wir diese Zeile-Code hier erreichen, bei Move Player, wo man eben den Y-Wert hier setzt. Dazu machen wir einen Rechtsklick auf die Zeile und dann Toggle Breakpoint, okay? Und anschließend gehen wir hier oben nicht auf das Play, sondern auf diesen kleinen Käfer, die Debug-Config für Main.kt. So, und wenn wir das jetzt starten, dann sehen wir hier, okay, wir müssen erstmal kurz Norden eingeben, weil das hat ja vorhin den Fehler produziert und dann werden wir hier gefragt, ob wir vielleicht in die Debug-Position switchen wollen. Und genau das wollen wir tun. Wir switchen also und jetzt sehen wir hier, bam, wir haben hier offensichtlich gerade die jetzige, also das, was jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt hier drin steht, haben wir eigentlich drin. Und das ist ziemlich cool, jetzt sehen wir nämlich hier, hey, Player Y ist minus 1, das ist schon mal nicht so gut. Deswegen sollten wir hier eigentlich dieses Modulo rechnen. Jetzt gehen wir mal hier runter zu Interact, packen hier auch einen Breakpoint rein und gehen dann einfach mal da runter. Und wir sehen hier oben sind eben diese ganzen Kontrolldinger hier für unseren, ja, für dieses, für dieses Debuggen. Das heißt, wir können jetzt hier sagen, wir gehen zum nächsten Breakpoint quasi, ja, das heißt, wir machen hier Resume. Dann landen wir hier unten oder wir können sogar hier einzelne Schritte machen, ähm, beziehungsweise ja, in unserem Fall passt das, wenn wir hier einmal kurz durchgehen. Also wir können hier wirklich sehr, sehr viele Optionen nehmen und wir gehen jetzt einfach mal weiter bis zum nächsten Breakpoint. Und hier sehen wir, wenn wir auf This gehen, dass Player Y immer noch minus 1 ist. Das sollte eigentlich nicht passieren, weil wir hier Modulo gerechnet haben. Ich habe euch das schon mal gesagt und, ähm, ich kenne das aus anderen Programmiersprachen und aus der Mathematik, dass minus 1 Modulo 100 eigentlich 99 sein sollte. Ähm, Kotlin hat das allerdings anders geregelt. Ich weiß nicht genau, wieso Kotlin das anders regelt, aber, ähm, ja, es ist nun mal so. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich sagen, wenn Player X kleiner ist als 0, dann ist Player X plus gleich 100 und selbiges gilt natürlich auch für Player Y. Wenn Player Y kleiner als 0, dann ist das ganze Ding Player Y plus gleich 100. So, und dann landen wir nämlich bei minus 1 auch bei eben diesen vollen 100. Und jetzt lassen wir das Ganze nochmal hier schön laufen. Äh, eigentlich wollte ich den Breakpoint raus haben, genau. So, brechen wir das Ganze erstmal ab, gehen hier wieder zurück auf die normale Übersicht. Das Debuggen brauchen wir jetzt gerade nicht. Lass uns einfach nochmal kurz laufen. Der Fehler sollte jetzt weg sein. Und jetzt müssten wir eigentlich an Feld 99 sein. Aber das kriegen wir natürlich nicht mit, okay? Ähm, wir sollen ja nicht wissen, an welchem Feld wir gerade sind. Denn ansonsten wüssten wir ja schon, was wir gerade gemacht haben. Das ist ja alles Teil des Spiels. So, ähm, wie gesagt, ich habe hier nicht ausgegeben, gegen was wir kämpfen, weil es natürlich immer nur der Ork ist aktuell gerade. Kämpfen? So, möchtest du looten? Yes. Du besitzt folgende Gegenstände? Keine. Okay, und das heißt, wir machen hier einfach mal ein Mäh. Und das sollte eigentlich keinen Fehler produzieren. Wunderbar. So, wir gehen weiter. Ähm, was machen wir? Wir gehen Richtung... Gehen Richtung Osten. Okay, was wollen wir tun? Wir wollen natürlich wieder kämpfen. Und wir haben immer noch keine Gegenstände. Das kann ja wohl nicht wahr sein hier. Ja, schade. Lass mich kurz ein bisschen spielen. Ähm, und dann schauen wir mal, was wir irgendwann mal an Gegenständen haben. Moment, mir ist gerade was aufgefallen. Eigentlich müssten wir hier oben schon, dadurch, dass wir gefragt wurden, ob wir looten wollen. Also, die anderen Male wurden wir ja gar nicht gefragt, ob wir looten wollen. Allein dadurch, dass die Frage looten kommt, müssten wir eigentlich schon in der Lage sein, hier einen Gegenstand zu haben. Wir hatten aber keinen Gegenstand. Das heißt, da ist offensichtlich irgendwas schief gelaufen. Wir lassen das Programm mal hier abschmieren und gucken uns an, was da bei der Wabe passiert ist. So, ähm, wir haben offensichtlich hier sowieso schon einen Fehler. Ähm, und zwar der Counter wurde natürlich nicht erhöht. Aber, ähm, trotzdem wurde ich hier irgendwie nicht das ausgegeben, was ich haben wollte. Nämlich, die Items wurden nicht ausgegeben. Sprich, das Inventar muss eigentlich leer sein. Und das kann nicht sein. Wir gucken mal ganz kurz hier rein, ob das Inventar auch wirklich leer ist. Ähm, und wir setzen selbstverständlich hier die Chance für einen Heiltrank in der Wabe erstmal auf 100%. Sprich, wenn das Ding größer ist als minus 1, dann wollen wir einen Heiltrank bekommen. So, wohin wollen wir gehen? Wir wollen nach Norden. Wir wollen selbstverständlich kämpfen, denn ohne Kämpfen gibt es kein Loot. Kämpfen. Und wir wollen selbstverständlich auch looten. So, und wir haben keine... Ah, ich hab's nicht debugged, ne? Okay, wir haben keine Gegenstände. Das ist schon mal schlecht. Probieren wir das Ganze nochmal. Norden. Und, ähm, du solltest eigentlich kein Breakpoint mehr sein. Breakpoint raus. Hier, Breakpoint raus. Breakpoint raus. Okay, ähm, wir gehen weiter. So, was wollen wir tun? Wir wollen selbstverständlich kämpfen. Kämpfen. Und wir wollen looten. Yes. So, und jetzt sehen wir hier, ähm, 4i in Spieler.inventar. Jetzt gucken wir uns mal Spieler an. Inventar ist eine Area-List aus E, die nichts enthält. Das heißt, in unserem Inventar ist nichts drin. Also, das heißt, wir haben wirklich keine Items. Das ist schlecht, ähm, denn wir sollten Items besitzen. Das heißt, wir gehen mal hier in die Loot-Variante rein und schauen mal, ob da vielleicht was schief gelaufen ist. Und wir gehen in die Pickup-Variante oder die Pickup-Funktion rein und gucken, ob da vielleicht was schief läuft. Okay. Wir gehen weiter. Ähm, nein, wir wollen keins dieser Items nutzen. Wir wollen Richtung Süden laufen. Wir wollen selbstverständlich kämpfen. Wir wollen looten. Das heißt, da liegen auch wieder Gegenstände drauf, ja. So, und jetzt gucken wir mal hier. Wir haben I offensichtlich als Heildrang. Das ist ein Heildrang. Das ist schon mal gut. Das heißt, der Heildrang, der liegt auf dem Feld und der Heildrang wird als Parameter an die Pickup-Funktion übergeben. Okay, also weiter. Wir fügen einen Heildrang hier hinzu. Das ist gut. Ähm, und das Inventar hier enthält einen Heildrang. Das heißt, dieser Heildrang hier ist tatsächlich funktionabel. Wir gehen weiter und der Spieler hat wiederum kein Inventar. Das heißt, hier läuft irgendwas grundsätzlich schief. Und da kann man auch schon relativ direkt sehen, was da eigentlich schief läuft. Wir haben nicht dieselbe Spielerinstanz. Das war das Ding, was ich gemeint hatte mit, wir brauchen genau einen Spieler und es darf nur einen geben. Das heißt, was wir hier gemacht haben, ist, wir haben normalerweise immer die Instanz oder die Instanz des Spielers bekommen. Und dieses Mal, dieses einzige Mal, wo wir das nicht gemacht haben, ist eben hier. Hier haben wir uns einen neuen Spieler erstellt und das sollte natürlich nicht so sein. Das heißt, wir sollten hierher gehen und sagen Spieler. Ähm, Punkt GetInstance. Das sollte unser Spieler sein. Und dann sollte er in der Lage sein zu looten. So, wir wollen kämpfen. Kämpfen. Und wir wollen looten. Und jetzt haben wir offensichtlich auch einen Heildrang. Und den können wir nehmen. So, super. Jetzt sollten wir vielleicht noch ein paar Statistiken ausgeben, denn ich habe keine Ahnung, wie viel Leben ich denn eigentlich habe. Ähm. Okay, wir printen einfach mal Printline. Und dieses Heildrang at bla 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 sieht natürlich nicht geil aus. Aber das ist jetzt rein funktional. Wie gesagt, die Optik überlasse ich komplett euch. Ähm. Es geht hier mehr um die Funktionalität. Okay, ähm. Wir wollen rausfinden, wie viel eigentlich unser Spieler Punkt. Ähm. Achso. Du hast Spieler Punkt HP von. Achso. Ähm. Bloß von Spieler Punkt Max HP. So, ähm. Und bei dem Fight können wir jetzt mal anfangen hier. Mit auch Prints. Printline. Gott im Himmel. Printline. Ich kann es heute nicht. Es tut mir leid. Ähm. Und hier steht ein Org. Äh. Ja gut. Theoretisch sollten wir jetzt hier noch mit Namen in der NPC-Klasse anfangen. Beziehungsweise in der Ingame-Character-Klasse anfangen. Hier steht ein. Wir wissen hier, dass es gerade Org sind. Deswegen hardcoden wir das einfach mal. Ein Org mit plus NPC.HP gegenüber. So. Ähm. Und ja. Das sollte erst mal gut sein für uns. Ähm. Vielleicht sollten wir das auch nicht in den Fight reinschreiben. Sondern wir sollten vielleicht uns vorher entscheiden, ob wir kämpfen oder wegrennen wollen. Okay. Wir machen das hier rein. Und sagen, dir steht ein Org gegenüber mit NPCs von 0.HP. Und dann kämpfen wir natürlich gegen den NPC 0. So. Wir schauen noch mal ganz kurz. Oh ja. 100 von 100 war es. 100 von 100 Äpfeln. 100 von 100 Beeren. I don't know. Vielleicht wisst ihr es. H. H. P. H. Okay. Wir starten neu. So. Und jetzt sieht das Ganze schon ein bisschen ansehnlich aus. Also, was heißt ansehnlich? Dir steht ein Org mit 20 gegenüber. Ähm. Wo ist die Wabe? 20 H.P. Also HP steht für Health Points, okay. So, mit 20 gegenüber, was möchtest du tun? Wir wollen selbstverständlich kämpfen. Wir wollen looten. Aber wir sollten vielleicht noch eingeben, was wir gefunden haben hier. Das kriegen wir unter dem hier. So, Printline, du findest, plus I. Okay, so, jetzt haben wir ein paar mehr Infos auch. Also klar, man muss natürlich immer dem User irgendwas geben. So, unser Ork hat 20 HP, wir wollen kämpfen. Kämpfen. Möchte ich looten? Ja, ich möchte looten. So, ich finde einen Heiltrank und ich besitze folgende Gegenstände einen Heiltrank. Möchte ich einen Heiltrank benutzen? Ja, ich möchte den 0. Heiltrank benutzen. So, jetzt habe ich wieder 100 von 100 HP. Wow, cool. Wir laufen nach Osten. Wir laufen jetzt nur noch nach Osten, wenn ich dran denke. Kämpfen. Möchte ich looten? Yes, I want to... Oh, wieso haben wir zwei Heiltränke? Lässt der Ork auch noch einen fallen? Nee, er lässt keinen fallen. Das heißt, unser Heiltrank wurde offensichtlich nicht hier aus unserem Inventar entfernt. Ah, Spieler.UseItem. Ähm, ja, weil ich doof bin. Ähm, natürlich müssen wir das Item danach auch noch entfernen. Und zwar Inventar... Ups, Inventar.Remove. Und dann wollen wir selbstverständlich das Item to use entfernen. Okay. Probieren wir nochmal. Und ihr seht, das Ganze ist ein bisschen natürlich mit Üben oder mit einfach Ausprobieren verbunden. Selbstverständlich können wir auch Unit-Tests dafür schreiben. Das haben wir aber noch nicht gemacht. Das werden wir noch tun. Ähm, aber das ist ein kleines bisschen mehr Aufwand. Und das ist definitiv nicht nötig für so ein... Oder man sollte es eigentlich schon tun. Aber, ja, in unserem Fall, für dieses kleine Game brauchen wir das nicht machen unbedingt. So, wir wollen einen Heiltrank aktuell gerade mal nicht benutzen. Warte, ich habe immer noch 100 Leben? Habe ich den gewonnen hittet? Das kann doch nicht sein. Okay. Also das Entfernen von Items funktioniert auf jeden Fall mittlerweile. Allerdings verliere ich scheinbar einfach kein Leben. Ich weiß nicht, wieso. Und hier sehen wir mal wieder ein ganz klassisches... Ups, ich habe mich vertippt. Ähm, wir wollen natürlich so lange kämpfen, während der Spieler nicht tot ist. Oder der NPC nicht tot ist, okay? Wir wollen nicht einfach nur kämpfen, wenn einer von beiden tot ist. Und solange sie dann tot sind, wollen wir kämpfen. Das macht keinen Sinn. Und deswegen sagen wir hier, wir gehen nach Norden. Und hier steht ein Ork gegenüber. Wir wollen selbstverständlich kämpfen. Und... Oh, jetzt geht das aber scheinbar sehr, sehr lange. Was natürlich auch wieder an dieser Bedingung hier liegt. Ähm, das heißt, wir wollen entweder... Also wir wollen sowohl den Spieler am Leben haben, als auch den NPC am Leben haben. Beide werden auf keinen Fall sterben. So, ähm, das heißt, wir hatten jetzt gerade eine Endlosschleife. Macht auch nicht wirklich Sinn. Und was natürlich auch dumm ist, ist, dass ich hier, ähm... Naja... Sagen wir mal so. Der Spieler sollte auch Schaden kriegen, wenn er anfangen darf. Und der NPC sollte auch Schaden kriegen, wenn der Spieler anfangen darf. Nur halt in anderer Reihenfolge, okay? Das heißt, wir wechseln hier quasi einfach durch. Ähm, und spielen so lange, bis einer tot ist und nicht beide. Oder... Äh... So lange keiner lebt, ne? Das hatten wir davor drum. Okay. So, möchte ich looten? Ja. Okay. Und ich besitze folgende Gegenstände. Nein, ich möchte jetzt gerade keins benutzen. Ich habe 88 von 100 Leben. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ähm, und jetzt gehen wir nach Osten. Wir wollen wieder kämpfen. Möchten looten. Und wir wollen wieder keinen Heiltrank benutzen. Jetzt haben wir nur noch 76 Leben. Das ist schlecht für uns. Denn jetzt haben wir schon mal Lowlife sozusagen. Was passiert denn eigentlich, wenn ich hier D oder sowas eingebe? Dann bleibe ich quasi auf meinem gleichen Feld stehen. Und kann looten. Weil da nochmal ein Heiltrank ist? Okay, cool. Ähm, ja, gut. Wir wollen einen Heiltrank nehmen. Und dazu geben wir die 0 ein. Jetzt haben wir wieder 100 Leben, weil die Dinger geben ja 50 Leben. Easy peasy. Lemon squeezy. Okay. Ein Ork. Kämpfen. Looten. Mano. Ich würde gerne das Schwert droppen. Ähm, aber dazu müssen wir noch ein bisschen weiterspielen. Wir hören uns gleich wieder. So, da sind wir. Wir haben es geschafft. Ähm, wie gesagt, die Chance war bei 20%. Ich habe zwei Heiltrenge genommen. Das heißt, ziemlich genau beim zehnten Mal, beim zehnten Mal Ork töten, habe ich ein Schwert des Zerstörers bekommen. Und ja, jetzt sollten wir sehen, also ich werde jetzt mal das Schwert des Zerstörers verwenden. Wir sehen, jetzt haben wir, Moment, 128 von 100 HP. Okay, habe ich ausgesehen, ein Schwert des Zerstörers. Ich habe die HP verdoppelt. Äh, das sollte natürlich nicht sein. Ich wollte natürlich den Damage verdoppeln. So, jetzt müsste ich theoretisch das Ganze nochmal machen. Aber wir haben gesehen, es hat funktioniert. Davor hatte ich 64 HP, beziehungsweise offensichtlich ein bisschen, äh, ich hatte 76, dann habe ich ein bisschen aufs Maul bekommen und dann habe ich 128 HP gehabt. Ja, und damit, ähm, haben wir eigentlich so eine kleine, naja, ein kleines Game geschaffen, ja. Was ihr jetzt noch machen könnt, ist folgendes. Ich will euch mal so eine grobe Überblicks, naja, Überblick geben. Es müssen natürlich nicht nur Ork sein. Es können auch andere Gegenstände da rumliegen. Es können auch andere Gegner da rumlaufen. Es können neue Waffen droppen. Ähm, ihr könnt andere Waffen haben. Ihr könnt einfach Sachen equippen. Ihr könnt aber auch Dialogoptionen einbauen, sodass ihr mit anderen Leuten reden könnt und die euch vielleicht eine Quest geben können. Dass ihr dann irgendwo hinlauft und dass die Waben vielleicht Spezialwaben sind. Dass es vielleicht dann Bergwaben gibt, wo dann andere Kreaturen auf euch lauern. Dass es vielleicht einfach andere Sachen gibt. Seid da kreativ. Versucht euch selber so ein bisschen zu verwirklichen und, ähm, ja, habt einfach auch Spaß dabei beim Weiterentwickeln von dem Ding. Ich stelle euch natürlich das Projekt zur Verfügung. Ähm, jetzt, da wir soweit sind, könnt ihr das auch ohne Probleme euch komplett durchlesen. Und verstehen, denke ich mal. Und, ja, das war eigentlich so unser kleines Beispielprojekt. Ähm, selbstverständlich haben wir nicht alles gebraucht, was ihr schon gelernt habt. Aber ein paar Sachen haben wir auf jeden Fall gebraucht, die ihr schon gelernt habt. Und ich denke, da kann man durchaus noch viel, viel mehr benutzen. Also, zum Beispiel könnt ihr das Inventar in eine eigene Klasse auslagern. Und damit vielleicht sogar mit Generics arbeiten, die wir jetzt dann demnächst wahrscheinlich auch noch behandeln werden. Und, ja, das ist es erstmal von meiner Seite. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich denke, durchs Debuggen habt ihr jetzt auch ein ziemlich mächtiges Tool an der Hand, wie ihr da euren Code auch prüfen könnt. Und selbstverständlich lernen wir dann auch noch das Testen und so weiter und so fort. Und, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.